Hallo und zurück zu Uncharted 4, der mittlerweile glaube ich letzten Kampf jetzt. So, schauen wir mal, ob wir den jetzt schaffen. Ist gar nicht so leicht der Typ. So, dann würde ich sagen, go. Noo, ey. So, dann geht's. Oh! Wann treff ich den denn nicht? Das ist der nächste Drake, von dem man so viel hört. Ist ja gut, ist ja gut. Wir sind ja fertig. Oh, Alter. Dann gehen wir. Wenn du bleiben und mit dem Chef verbrennen willst, gerne. Du hasst mich. So eine Missgeburt. Weißt du was, Nate? Hinter all dieser Angeberei steckt nur ein trauriger kleiner Junge. Mit ernsthaften Röstenbar. Und der kann nicht mal ordentlich fechten. Mach's gut, Nate. Mason! Du weißt einfach nicht, weil man aufgibt, hm? Das ist... Mai. Scheiß Quick-Time-Events. Ich hasse sowas. Du weißt einfach nicht, weil man aufgibt, hm? Das ist gut. Ich will nichts geschickt. Ich habe schon immer alles auf einem verdoppelten Silbertabletten. Diesmal nicht. Das habe ich mir verdient. Das alles. Du willst den Schatz, Rave? Er gehört dir. Und tschüss. Hm, ich glaube, das war's. Ich denke, scheiße. Hey, komm, komm. Schaff mir dich hier raus. Hey! Ich versuch's. Es ist zu schwer. Versuch's nochmal. Es ist zwecklos. Versuch's. Es ist zwecklos. Das war... Hey! Verdammt. Hör mir zu. Hör mir zu. Alles, was ich hier wollte, war mit dir diesen Schatz zu finden. Hey, Sonnein. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, Brüderchen. Okay? Alles ist gut. Es muss einen Weg geben. Du musst hier weg. Das muss ich sagen. Du musst hier weg! Du bist ein anderer Weg! Komm schon, Nathan. Ich muss wissen, dass du's geschafft hast. Nathan, der ganze Land fliegt gleich in die Luft. Was ist denn? Das ist es! Ich muss... Vertraue mir! Na, sehr gut. Halt den Kopf und... Ja, voll, Baby. Ja, voll, Baby. Du bist absolut verrückt, man! Sagt der Richtige. Was? Komm! Das ist unser Ausgang. Nein! Wo mal das Flugzeug schon da ist. Hör mir noch ein bisschen! Nehmein! Oh, schau mir nicht. Boah. Boah, es fällt die ganze Höhle zusammen. Nein! Komm schon. Ach, du Scheiße! Oh, Nate! Nate! Hey! Hey! Geh hier! Bist du okay? Hey! 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 Hey, Sully, ich hab sie! Wo seid ihr? Gleich hier! Hier! Untertitelung. BR 2018 Und, hast du alles? Ja, glaub schon. Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse. Soll ich euch wirklich mich heimbringen? Nach den letzten Tagen ziehe ich ein Flugzeug mit Bordservice und bequemen Sitzen vor. Außerdem müssen wir beide über einiges reden. Ja, müsst ihr. Und keine nächtlichen Anrufe mehr, von wegen, ein letztes Mal. Geht klar. Danke. Ich glaub, das war anscheinend der letzte Teil. Das ist gut, ihr Junge. Anschartet. Lass von dir hören. Wenn du wieder in der Stadt bist, gebe ich einen aus. Da werde ich dran erinnern. Dann haut der Hase einfach ab und hinterlässt kleine Hasenüberraschungen überall auf dem Bett des Direktors eine ganze Zeit. Hey, hey, hey. Was erzählst du ihr? Er erzählt mir von deiner Magiephase. Oh, ich hasse dich. Wie war dein Künstlername? Los, sag's dir. Der große Nate. Das ist nicht witzig. Der Name ist toll. Zu seiner Verteidigung, er war... du warst ziemlich gut. Aha. Hör zu, Sam. Es war... interessant, dich kennenzulernen. Mit Handschlag? Also... Wir machen das wie gute Freunde. Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? Ja, mach ich. Ich komme gleich nach. Ja. Ich mag sie. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Ich weiß, ja. Hör zu, das Angebot steht noch. Das ist nett, aber... Nein, danke. Wenn du denkst, du wärst uns eine Last... Darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Also ein bisschen schon, aber... Ich dachte nur, nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich... zufrieden. Stattdessen habe ich... Irgendwie dieses Gefühl von... Leere. Ja. Egal wie... aufregend das nächste Abenteuer sein wird, am Ende... verstehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Manchmal muss man... entscheiden, was man behält... und was man loslässt. Tja. Ich schätze, da bin ich noch nicht. Außerdem... hast du mir ein paar alte Städte voraus. Ich muss noch was aufholen. Es sind noch welche übrig. Danke. Oh, äh... Unser Taxi ist da. Ja. Ah. Wir haben's... weit gebracht. Haben wir, kleiner Bruder. Komm her. Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Auch schon ab. Zieh Leine. Hast du Feuer? Ja. Und? Victor? Was steht jetzt an? Hm? Hm. Also, bevor ich hier reingezogen wurde... hab ich an einer Art... äh... Geschäft gearbeitet. Geschäft? Hm. Gefährlich? Äh... Mit den Leuten ja. Könnte sein. Also, ich kenn da jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt und perfekt für so ein Geschäft geeignet wäre. Hm. Ich weiß nicht. Ist er zuverlässig? Mehr oder weniger. Kann er portugiesisch? Quando o seu marido voltar para casa? Was heißt das? Wann kommt dein Mann nach Hause? Das genickt. Einen aus. Hast du noch mehr von den Zigarren? Übertreib's nicht. Hey, guten Morgen. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Okay, spiel mit. Was ist los? Einen großen Job an Land gezogen? Oh, sogar noch besser. Ich bin kurz davor, James'n Marine zu verkaufen. Echt jetzt? Ja. Wow, da... Tja, hey, ich schätze, da sind Glückwünsche angebracht, ne? Oh, noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Die haben hart verhandelt. Aber am Schluss konnten wir... Beide Seiten zufriedenstellen. Na, das... Das ist toll. Ja. Bleibst du weiter dabei? Nein, 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 nein. Ich glaube, ich brauch mal Ruhe. Zeit für die Familie. Ich will mal wieder fischen gehen. Freut mich. Und wer ist der Trottel, der den Laden kauft? Oh, äh... Du. Was? Komm schon ernsthaft. Ja, doch ernsthaft. Warte, James'n? Hey, warte mal, Mann! Hey. Morgen, Jungs. Was machst du denn hier? Ich wollte mich nur ein... letztes Mal umsehen. Die Schlüssel hat jemand schon. Okay, äh... Perfekt. Euer Ernst? Nate. Okay, ich sag dir was. Das wäre eine sehr kluge Investition. Du das Richtige. Rufen Sie mich an? Wird gemacht. Hi. Hi. Du... Du kaufst James'n Marine? Wir kaufen James'n Marine. Oh. Okay. Wie? Wieso? Tja. Es gibt da Gerüchte über einen Bergungsjob vor der Küste von Malaysia und ich dachte, das wäre genau unser Ding. Nein, nein. Schatz, hör zu. Wir sind nur um ein Haar aus Libertalia entkommen. Ja. Hey, einen illegalen Job annehmen? Du weißt, wohin das führt. Wer sagt denn was von illegal? Ach. Hier. Das kam heute Morgen. Ist das echt? Ja. Ein paar meiner alten Kontakte haben das mit der malaysischen Genehmigungsbehörde geregelt. Es war toll. Ich musste nicht mal jemanden bestechen. Na, das ist gut, denn ich habe keinen Schimmer, wie wir uns das überhaupt leisten könnten. Hier. Halt mal die Hand auf. Hä? Halt mal die Hand auf. Hat so ein bisschen was vom Schatz mitgenommen anscheinend. Heilige Scheiße. Wo hast du die her? Die war in meiner Jackentasche. Zusammen mit ein paar anderen. Ein paar? Sam. Er ist ganz schön raffiniert. Ja. Natürlich werden die meisten davon für unser Geschäft hier drauf gehen. Und für die neue Kameraausrüstung. Kamera? Hä? Ja. Weißt du, ich dachte, wenn wir die Fracht aus dem Brack bergen, könnten wir doch ein kleines Team anheuern, die ganze Sache filmen und meine alte Show wieder aufnehmen. Was ist denn aus unserem einfachen Leben geworden? Ich glaube, beim Versuch, ein einfaches Leben zu führen, haben wir es vielleicht übertrieben. Hör mal. Damals auf dieser Insel habe ich das Abenteuer vermisst. Ich habe uns vermisst. Und jetzt haben wir die Chance zu tun, was wir lieben. Aber von jetzt an läuft alles nur noch hundertprozentig legal. Okay? Und schießen werde nur noch ich. Mit meiner superteuren Kamera. Wow. Du hast das wirklich genau durchdacht. Mehr oder weniger. Aber hör zu. Ein Wort von dir und ich blase die ganze Sache ab. Was? Nein, 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 nein. Ich will Jamison nicht... ...den vorzeitigen Ruhestand versauen. Das wäre grausam. Genau. Das wird nicht einfach. Das ist es doch nie. Also. Was sagst du, Nathan Drake? Klar, wieso nicht? Solange ich kein Papierkram mehr erledigen muss. Na, ich kann's auch nicht. Ich werde voll auf mit der Kamera beschäftigt sein. Na, und ich voll auf mit dem Tauchen. Okay. Schön, wir wechseln uns ab. Ja. Meiei, du warst schon klar. Okay, geht wieder weiter. Wir könnten darum spielen. Echt jetzt? Nein, hör zu. Ich habe geübt. Ich bin echt gut. Nein. Sorry für das, Leute. Echt? Ich kann dir das nicht nochmal... Aber ihr habt ja nichts verpasst. Da liegst du ja sowas vor vor Leben. Wie viel Angst hast du? Ungefähr drei. Ja, übersetzt heißt das so ungefähr elf. Okay, dann. Ich krieg dich. Ach ja? Ja. Oh je. Das... Okay. Schön. Bin dabei. Was ist denn das jetzt hier? Oh. Oh. Okay. Crash Bandicoot Mei Muss ich das jetzt spielen? Okay, ich muss anscheinend spielen Okay, ich muss anscheinend spielen Okay, ich muss anscheinend spielen Geschafft. Wo bleiben die? Schaut euch das in der nächsten Folge an, bleibt dran und viel Spaß, ciao, euer